Herzlich willkommen zum Filius Workshop. Ich stelle jetzt erstmal das Programm vor, die Oberfläche davon. Wir haben hier links die Komponenten, die verbaut werden können, also Rechner zum Beispiel, nehmen wir immer gern als Surfer her, die Laptops als Clients und dann funktioniert es ganz einfach. Mit Kabel auswählen, wie man diese Geräte miteinander verbindet. Wir sind hier im Entwurfsmodus. Wenn die Geräte miteinander aktiv werden sollen, dann haben wir hier einen Aktionsmodus. Wenn wir hier drauf wechseln, dann können wir auch die einzelnen Geräte anklicken und dann hier entsprechend auf der Desktop-Oberfläche arbeiten. Hier ist nun mal das Software-Installationspaket verfügbar. Hier muss man natürlich die entsprechenden Programme dann auswählen. Und mit dem Pfeil nach links sind diese Programme dann installiert, indem man hier dann auf Änderung annehmen klickt. Und hier kann man dann entsprechend mit den einzelnen Programmen arbeiten. Hier gibt es noch einen Schalter. Also wenn jetzt hier Geräte miteinander kommunizieren, dann leuchten diese Leitungen in grün. Es gibt verschiedene Szenarien. Wenn man das besser beobachten möchte, dann kann man die Geschwindigkeit runterregeln. Ansonsten kann man die auf 100% lassen, wenn es einfach nur darum geht, ob die Konfiguration funktioniert. Hier bei dem Zeichenbereich kann man zum Beispiel das Ganze so machen, dass man sagt, okay, man hat jetzt hier eine Schaltfläche. Muss man hier jetzt entsprechend reinziehen. Kann man es erst in der Größe verändern, auch mit dem Text. Dass man sagt, okay, hier das ist ein Netzwerk und je nachdem entsprechend, wie man hier entsprechende Netzwerksymboliken aufbauen möchte. Wenn man mit der Konfiguration fertig ist, gibt es hier noch die Möglichkeit, die Konfiguration zu speichern. Man kann auch eine fertige Konfiguration aufrufen und man kann auch hier einfach eine neue erstellen. Okay.